Der Rimmel muss neu überdacht werden. Ja, ich rede gleich mit dir. Vielleicht höre ich mir deine Sorgen und Probleme an. Also nur, vielleicht finde ich irgendwo in der Teig. Aber scheinbar nicht. So, gleich in Kalkstein. Endlich folgt der Hexer, Geralt, meinem Ruf. Wir sehen uns wieder. Ich brauche wieder eure Hilfe. Natürlich. Wobei? Eine ernste Sache. Etwas, das zum Meilenstein der Alchemie werden könnte. Und es steht mit eurem Berufszweig in Zusammenhang. Erzählt mir mehr. Oh, tut mir leid. Ich war ganz in Gedanken. Bin jetzt auf gleich. Ihr hattet eine Aufgabe. Helft mir bei der Erfüllung meines Lebenswerks. Ein Turm steht in dem bewaldeten Sumpf nahe Aldevisima. Prinzessin Oben, Drache Unten. Danke, ich verzichte. Schweigt bitte. Die Legende besagt, dass ein Magier und Alchemist den Turm erbaut hat. Keine Prinzessinnen oder Drachen. Und was ist meine Aufgabe? Der Magier starb vor langer Zeit. Der Turm fiel der Vergessenheit anheim. Die Macht in seinem Inneren zog alle Geschöpfe in der Nähe an und deformierte sie. Kurz gesagt, er brachte Ungeheuer hervor. Ich möchte diese Quellen untersuchen, Hexer. Und eine Dissertation darüber schreiben, die meinen Namen unsterblich macht. Ich werde Zugang zu Geheimnissen bekommen, die seit Jahren in diesem Turm verborgen sind. Bedauerlicherweise ist der Turm abgesperrt. Ich bezahle tausend Ohrens demjenigen, der mir hilft, ins Innere zu kommen. Mal sehen, was sich machen lässt. Aber das wird gewiss nicht einfach. Wäre es einfach, bräuchte ich euch nicht. Es ist kompliziert, in das Labor eines mächtigen Magiers einzubrechen. Wir müssen detaillierte Informationen über den Turm sammeln. Wo finde ich diese? In den Geschichten der Alten und der Sumpfbewohner. Aber auch in alten Büchern. Aufgezeichnete Weisheit ist unendlich zuverlässiger. Denkt ihr an bestimmte Titel? Ransand Alvaros, die geheimen Pforten und das alchemistische Lehrbuch Eins of Aur. Ich kenne einen gewissen Zwerg, der ein Exemplar von die geheimen Pforten besitzt. Das zweite Buch ist verschollen und dürfte schwer aufzutreiben sein. Während ihr danach sucht, könnt ihr auch meine neueste Erfindung testen. Einen Kristall, der Orte der Macht mit meiner Werkstatt verbindet. Er wird euch erlauben zu teleportieren. Desintegriert in Millionen von Teilchen, die sich jenseits der Raumzeitkurve bewegen. Und dann wird er mich in ihrem Atelier wieder vollständig zusammenfügen? Seid ihr euch da auch sicher? Ein Fehlerrisiko besteht natürlich, aber es ist minimal. Minimal? Ja, natürlich. Gut, wir haben ein Teleport-Kristall. Denn... Äh... Soll ich mich einmal kurz mal ein Handy kurz aufladen? Kalkstein, ihr macht mich fertig. Habt ihr noch irgendwas anderes zu sagen? Oh, tut mir leid. Ich war... Mh... Soll ich mir einmal handeln. Mh... Ich weiß nicht, ob das besonders schlau ist, aber wir tun es einfach mal kurz. Einfach damit ich mir mal... ein bisschen was kaufen kann. Liefert Informationen über Substanzen, die in einem Formen der Hand zu finden, wobei ich müssen, ne? Das sind... Mh... Das lese... Äh, hole ich mir einmal? Können wir hier einmal... Äh... Ein bisschen Informationen über Alkohol, das zähl mir tauren und verschlinge. Er behandelt Methoden des Kampfes gegen die Ungeheuer und welche Mr. Stutaten. Okay. So. Mh... Er kauft das natürlich auch nicht wieder zurück. Wäre natürlich auch zu einfach. Äh... So. Jetzt einmal. Gut, so wissen wir, dass wir bei ihm den starken Alkohol dann kaufen können. Hundetalk. Okay, das haben wir bereits gelesen. Und dafür Bomben. Wir bräuchten jetzt nur noch einmal Hundetalk. Einmal. Dann wäre ich glücklich. Glücklich und zufrieden. Würde dem bedeuten, dass wir keine Hunde töten müssten. Also. Mh... Däuchern. Das haben wir alles bereits gelesen. Mh... Mh... Du Scharnis Haus. Okay, hier wohnt er anscheinend Scharni. Suche ich jetzt alles ab, ob wir nicht irgendwo noch Hundeteig finden. Aber die Ohrens kann ich mitnehmen. Äh... Mh... Wer ist denn da? Fahrender Händler. Schmuck. Ja, tatsächlich. Schmuck. Bauernhändler. Braucht ihr... Schmuck. Geschenke. Geschweil und Tant. Schmuck. Mh... Okay. Scharni, hi! Ja, pfiffa. Das stimmt. Ich habe von euren Taten gehört. Das stimmt. Hm. Wie ich sehe, arbeitet ihr im Krankenhaus. Ich kämpfe gegen die Pest. Da ist nicht viel Zeit zum Plaudern. Wann können wir uns unterhalten? Ich habe ein Zimmer am nördlichen Stadtrand. Ja, wir haben gerade dabei gelaufen. Kommt nach der Arbeit vorbei. Gut. Hm? Schnell. Ich muss zurück zur Arbeit. Wie kann ich euch helfen? Eure Fertigkeiten sind hier nicht gefragt. Scharni. Außer Töten habe ich auch noch andere Hobbys. Wir haben noch kein Heilmittel für die Pest. Aber habt ihr Rotschopf gekannt? Kann mich nicht erinnern. Ehe er der Pest zum Opfer fiel, fand er heraus, dass bestimmte Pflanzenextrakte den Verlauf der Krankheit verlangsamen. Braucht ihr diese Pflanzen? Ja. Am besten wäre Schellkraut. Leider findet man es nur in Sumpfgegenden. Ich tue, was ich kann. Jede Blüte zählt. Bringt aber mindestens fünf Pflanzen. Ich muss mit... Kann es warten? Naja. Besucht mich zu Hause. Das Krankenhaus ist kein... Okay. Man sieht sich. Gut, dann müssen wir mit ihr abends reden. Und sie braucht Schellkraut. Und die Quar. Hallöle. Was? Äh. Ich suche ein Buch über den Turm im Sumpf. Hm. Ein Kapitel in Alvaros, die geheimen Pforten, handelt von magischen Türmen. Und dieser spezielle Turm? Ja. Ich glaube, dessen Geschichte kommt auch darin vor. In dem Fall nehme ich es. Leider habe ich es nicht. Ich versuche schon seit Jahren, diesen Band von Golan, wie weit wie zu erstehen, aber er ist ein sturer Zwerg. Versucht ihr es doch mal. Vielleicht verkauft er ihn an euch. Wisst ihr noch etwas? Mir fiel gerade noch ein anderes Buch über den Turm ein. Ich bin ganz ohr. Eins auf Au. Ein alchemistisches Traktat der Gnome. Schwer zu finden. Aber ein gewisser Eremite im Sumpf lebt, könnte etwas darüber wissen. Danke für den Rat. Okay. Okay. Äh. Ach, die grüne Nonne hat da viele Bücher. Äh, Werwölfe, Ich-Nopse und... Ach, Mann. Gut, Ich-Nopse haben wir ja. Das haben wir ja bereits gelernt. Für das ist ein Gorgon. Sechserscheinung. Das haben wir bereits gelesen. Das haben wir auch bereits gelesen. Vielleicht bei der Schaffung eines Golems. Kutschei. Ich-Nopse, die im Sumpf wachsen. Und wer ist das für 400? Ich möchte unser ganzes Geld jetzt aber nicht, oder umgekehrt den schon dafür komplett alle Bücher hier ausgeben. Äh, das hier können wir aber einmal verkaufen. Äh. Buch des Waldkauzes. Schuftrönen mit Pummen für folgende Eplexier. Waldkauze wird die Ausdauerregeneration. Windekraut gewährt. Söhre-Resistenz. Weißer Wunig-Meter. Die Auswirkung anderer Gifte und Tränke. Ah, okay. Gut, das können wir jetzt dann auch verkaufen. Dann war 80. Äh. Das ist ja schon. Okay, nee, hatten wir noch nicht. Äh, Wysima wurde auf den Ruinen einer Elfenstadt erbaut. Wird wie die meistens steht der Menschen. Der Sitz der Könige Temerians wuchs im Laufe der Jahrhunderte und besteht heute aus drei großen Bezirken. In einem Hafen und den ausgedehnten Vororten des Umlands im Tempelbezirk zieht das monumentale Kloster des Orns der Flammenrose die Blicke auf sich. Auch Majorans Krankenhaus, wo wahre Wunder der Heilkunst verbracht werden, kann man kaum übersehen. Dies alles sind Sehenswürdigkeiten. Doch der Bezirk der Anderlinge, der zu einem Viertel da und gesellschaftlich geächtet wurde, sollte man meiden. Die meisten Anderlinge wurden nach Altwysima umgesiedelt. Eine für Besucher unerreichbares Ghetto. Allerdings erlebt das Händerviertel, wo die reichen Kaufleute leben, einen deutlichen Aufschwung. Hier findet man die Repräsentanten des Handels und politische Institutionen. Ebenso die Bank und das Rathaus. Bei einem Besuch von Vysimas Händerviertel sollte man unbedingt einen berühmten Marktplatz besuchen, wo man jede erdenkliche Handelswahrer der Welt erstehen kann. Okay. Können wir jetzt auch verkaufen und bringt uns einfach mal nichts. Gut, ich würde dann erstmal die Sachen hier für die Sumpfpflanze lesen. Achso, hätte ich ja sehr klar lesen können, ne? Mhm. Muka, möglich, das Schildkraut, Büschildkraut und Hunstpeterseele zu bestimmen und so wie aus Pflanzen. Eigentlich müsste man schon Zutaten gewinnen. Okay. Sehr schön. Was wollt ihr? Äh, den wir das Buch von eben wieder verkaufen für einen nicht faire Preis. So. Okay. Schätze. Mh. Wenn mir nicht alles deutsch war, Vincent Meiss hier hinten. Und da müssen wir dann gleich auch nochmal rein. Ja, da hinten sitzt er. Pärchen. Was gibt's, Hexer? Es heißt, ihr haltet einen Salamander gefangen. Kann schon sein. Aber was geht euch das an? Naja, ich würde gerne rausfinden... Ihr bekommt keine Antworten. Weder von mir noch von meinen Männern. Das, äh, finde ich aber sehr schade. Bis dann. Achso, ich sollte vielleicht auch irgendwann mal wieder speichern. Ist ja schon ewig lange her. Töchchen. Töchchen. Hm, der Hauptmann würde mich töten. Vielleicht kann ich euch ja überreden. Pulver würde helfen. Aha. Bei gutem Fistech sag ich niemals nein. Bei wem habt ihr dieses Hexerschwert beschlagnahmt? Vielleicht. Vielleicht. Aber nicht heute. Bevor ich in die Kloaken runtergestiegen bin... Irgendwas sagt mir, dass das kein Zufall war. Wo finde ich Thala? Ich markiere die Stelle auf eurer Karte. Aber tötet ihn nicht. Wir haben eine Abmachung mit ihm. Erzählt mir etwas von dem gefangenen Salamandra. Aber... Ich weiß doch kaum etwas. Wo ist er? Er wurde in Majorans Krankenhaus gebracht. Danke. Ach ja. Diesem Laster solltet ihr abschwören. Vielleicht. Aber nicht heute. Ach ja. Adieu. Äh... Fistet wird. Was ist denn? Fistet wird. Fistet wird. Fistet wird. Fistet wird. Fistet wird. Also einmal Thala. Und einmal... in Majorans Krankenhaus. Wieso können nicht eigentlich die Abkürze hier rübernehmen? Hallo Herr Gärtner. Seht nur, wie sie wachsen. Äh. Hier können die also Blumen kaufen. Sie... Spielt ihr Würfelspiele? Nicht mehr so oft. Auch wenn ich sonst nichts anderes habe, da die Frauen nicht mehr so willig sind. Okay, spielen wir einfach mal. So. Aber, äh... Ja. Jetzt nicht ganz so gut. So. Ich glaube, da verlieren wir gerade. Ich glaube, da... Ich glaube, wir kriegen jetzt... Mit... Oh Gott, wie blöd war das denn jetzt gerade von mir? Oh ja. Ich hätte mir vielleicht auch, wie wir für auswählen sollen. Und nicht, äh... mitzugucken. Okay. Mal würfeln. Okay. Dich bitte, dich bitte nicht... Hm, gewonnen! Und noch eine Runde. Jetzt sollte er allerdings auch gewinnen. Hoffe ich. Sieht schlecht aus. Hoffen wir einfach mal. Scheiße. Dann spielen wir einfach gleich nochmal gegen ihn. Geht das nochmal? Seht nur. Okay. Machen wir nochmal eine Runde. Kann ja nicht sein, dass wir schon wieder verloren haben. Das ist schon mal gut. Haben wir einfach mal. Noch haben wir genug. Okay. Nächste Runde. Komm schon, was Gutes. Okay. Boah. Verliere ich. Na ja. Gleichstand. Gleichstand. se Wissen. 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 Weinden. Inwiefern. Wissen. inwiefern. Wissen. Wissen. Wie. Ihr werdet wunderschön. Schön. Haben wir endlich mal wieder gewonnen. Okay, das war das. Das war das. Ich will mich nach würdigen Gegnern umschauen. Schön. Können wir jetzt ins Krankenhaus rein? Nee. Dann müssen wir ja immer noch mit dem Typen auswandeln. Kein Durchgang. Ich gehe rein. Da drin sind kranke Patienten. Ich dulde nicht, dass ihr die Pestilenz verbreitet. Ich vergeude meine Zeit. Sehr gut. Kein Ich-Gehe-da-drin. Kann ich dich bestechen? Na gut. Geht rein. Danke. Warum nicht gleich so? Muss man die Leute mehr zu ihrem Glück zwingen? Krankenmann, kranker Frau, kranker Mann. Wir werden alle sterben. Was ist denn da? Hm. Krankenmann, kranker Frau, kranker Mann. Shani. Wir werden alle sterben. Krankenmann. Gefangener. Haltet euch von dem Gefangenen fern. Der hat aber kein gutes Geschäft gemacht. Ich will ihm nur ein paar Fragen stellen. Jetzt nicht. Kommt es nächtens wieder. Aber ich habe euch bezahlt. Psst. Kommt heute Nacht wieder. Ja, dann kommen wir heute Nacht halt wieder. Können wir dir irgendwas machen? Vielleicht kann ich nicht wissen, wie ich hier bin. Uh. Ah. Ach, die Dinger. Ja, die brauchen wir später noch. Stimmt. Na ja, was. Dann haben wir das schon mal. Habt ihr hier vielleicht nicht zufälligerweise irgendwo Hundetag? Vielleicht, so. Vielleicht. Mein Buch für die Nilfgaard. Oder das nehmen wir doch mal mit. Das werde ich mir dann bei Zeit mal durchlesen. Okay. Ist der irgendwo raus? Jetzt. Ja. Nach draußen. Okay. Ich weiß nicht. Ich weiß gar nicht. Ich weiß gar nicht. Kommen wir aus dieser Stadt eigentlich schon raus? Dann geht das erst später. Na ja. Posten. Habt man das Garten. Die Restreile. Ach. Hier war das? Oder da? Dem sollten wir ja auch nochmal reden. Ne. Ihr habt nur Erdbeeren hier. Okay, Schinkenbrot. Nein, 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 nein. Räuchchen. Wollt ihr Wertsachen? Mit Ergastus reinkuchen. Okay. Die Wachen haben ein Hexerschwert bei euch gefunden. Erstens heißt das, die schwanzlutschenden Wachen. Zweitens, was geht euch das an? Ein anderer Hexer, Berengar, hat euch aufgesucht. Es war nicht sein verdammtes Fleischermesser. Woher wisst ihr das? Ich habe den anderen Plunder eures Freundes noch. Das Schwert habe ich woanders her. Anderen Plunder? Genau, das bedeutet alles, nur kein Schwert. So wie seine vollgepissten Unterhosen zum Beispiel. Mh, lecker. Also, woher habt ihr das Schwert? Was springt für mich raus? Ich steche euch nicht ab. Faires Angebot. Ich habe seinem Mann in der Taverne zum haarigen Bären abgekauft. Wärt ihr bitte so höflich, ihn zu beschreiben? Nicht nötig. Er ist der berühmteste Würfelspieler hier. Ein echter Magier. Wie kommt ihr an Berengars Eigentum? Ihr lasst nicht locker, hä? Von einem Zwischenhändler. Wo finde ich ihn? Im haarigen Bären. Ich glaube kaum, dass er mit euch reden wird. Der Mann heißt Coleman. Coleman, okay. Habt ihr von den Salamandra gehört? Pissegurgelnde Reptilien, hab von denen gehört. Aber ich hab keinen blassen Schimmer, was die wollen. Amphibien. Was? Salamander sind Amphibien. In welcher Beziehung steht ihr zu ihnen? Ich hab keine Ahnung. Macht ihr Geschäfte mit den Salamandra? Seid ihr von eurem verfickten Pferd gefallen? Wie kommt ihr an Berengars Besitz? Das hab ich nicht gefragt. Scheiße, ich bin Hehler. Soll ich euch das mal aufmalen? Glaubt ihr, ich frag jeden Dieb, wen er für seine Waren flachgelegt hat? Ja. Lass mich euch mal ein Bild malen. Eine gewisse Organisation, nämlich die Salamandra, hat was gegen Hexer. Ein Hexer, nämlich Berengar, verschwindet. Und alles, was er besaß, landet in den Händen eines Hehlers. Und wer ist dieser Hehler? Ihr. Kommt da was in eurem kleinen Kopf an? Ich scheiß auf Bilder. Und der Name Berengar sagt mir rein gar nichts. Meine Lieferanten wissen vielleicht mehr. Außerdem würde ich in diesem Geschäft nicht lange überleben, wenn ich heiße Ware verkaufte, bei deren Beschaffung ich die Hand im Spiel hatte. Da ich's mir noch nicht ganz verschärzen will... Klingt glaubwürdig. Ihr habt Beziehungen zur Wache. Das könnte für Azar wertvoll sein. Verdammt gefährliche Zeiten. Ich muss vor den Salamandra beschützt werden. Daher mache ich mit den Wachengeschäfte. Sagt ihr? Ich bezahle Vincents Dorftrödel ein paar Münzen und die sorgen für meine Sicherheit. Mir reicht's jetzt. Auf Wiedersehen. Klingt glaubwürdig. Irgendwie. Ohne Beweis keine Schuldzuweisung. Nehmen wir also vorerst an, dass ihr es nicht seid. Na also. Ein echter Meisterspiel. Das heißt aber nicht. Das ist wirklich nicht weiterverrächtig. Die Feiern meines Köters. Ihr seid ein analytisches Genie. Wenn ihr etwas rausfindet und mehr Informationen braucht, kommt rüber. Dann reden wir. Gut. Also. So oder so, wir müssen zum Harik im Bären. Und das ist am besten 200 Tage Zeit, wo die jeweilige Person auch da ist. Hallo Hühnchen. Hühnchen hat wieder Angst vor uns. Die Wäsche der Nachbarin wird nass. Ja gut, die Frau ist schadenfroh. Auch in Ordnung. Runter. Den gucken wir doch mal, ob vielleicht im Harik im Bären irgendjemand uns weiterhelfen kann. Das bin ich hier. Speichern. Ah, ein bisschen hier mal. Ist der nur wieder. Ah, das ist Coleman. Hallo Coleman. Seid gegrüßt. Wer kommt denn da? Wer seid ihr? Man nennt mich Coleman. Was macht ihr? Ich verkaufe Sachen und reise umher. Wohin zum Beispiel? Zuletzt in die Sümpfe. Aber was geht das euch an? Ich frage ja nur. Wollt ihr was kaufen? Äh, nein. Sorry. Das möchte ich tatsächlich nicht kaufen. Wollt ihr was kaufen? Ich hab gehört, ihr macht Geschäfte mit Thaler. Kümmert euch um euren eigenen Kram. Wollt ihr einen Hexer anheuern? Naja, jetzt wo ihr es sagt. Ja? Da gibt es ein Spukhaus. Eigentlich mehr etwas für einen Exorzisten als für einen Hexer. Gespenster? Ich will Resultate sehen. Stühle sollten stillstehen. Türe nicht von allein aufgehen. Und Töpfe friedlich an der Wand hängen. Wollt ihr es euch mal ansehen? Na gut. Wunderbar. Das Haus liegt beim Zugang zu den Kloaken. Unweit vom Tor, das zum Deich führt. Ich denke, ein guter Glaser könnte was gegen die Zugluft hier tun. Gut. Meine Nase, übertreibt es nicht. Noch habe ich niemandem was getan. Und mit dem Zeug rede ich so gesalbt, dass alle Bräute zu mir kommen. Also. Unnötige Information. Na, mein Mann. Cool, man. Ja, ja, cool, man. Jetzt muss man eben von Spann im Krankenhaus festgenhalten wird. Das können wir nur nachts machen. Und die Sümpfe müssen wir auch noch irgendwie hier. Mit dem Spieler sprechen. Ich würde mir nur den Centboten des Mann sprechen, der die Sammler kommt. Mit dem Haring-Bären. Also auch abends. Okay. Mit Vivaldi. Kommen wir mal als nächstes. Ich werde jetzt aber noch mal eine ganz kurze Pause machen. Ich bin gelächtert. Ich bin gel Organization. Ich bin gel lleva. Untertitelung des ZDF, 2020